Optionsscheine Trading Selmkenzi Selzamkenzi Autor D Selzamkenzi Ein Optionsschein ist ein an mindestens einer Börse gelistetes Wertpapier, das ein Recht für den Inhaber verbrieft. Durch diese Verbriefung können Optionsscheine genauso wie Aktien oder Anleihen unter der Angabe von Wertpapier-Kennnummer, WKN, und Stückzahl entweder börslich oder außerbörslich gekauft und verkauft werden. Fast alle Optionsscheine werden von einer Investmentbank, der E-Mitten-Tin, herausgegeben und garantiert. Diese Sorgt anschließend für eine liquide Handelbarkeit dieses Optionsscheins. Das bedeutet, sie stellt Börsen täglich Kauf- und Verkaufskurse, sodass Anleger stets handeln können. Das von einem Optionsschein verbriefte Recht bezieht sich auf die Möglichkeit, einen Basiswert, zum Beispiel eine Aktie oder einen Aktien in unbekanntes Zeichendex, kaufen oder verkaufen zu können, aber nicht zu müssen. Dabei muss sich ein Optionsschein nicht unbedingt auf ein unbekanntes Zeichen in den ganzen Basiswert beziehen. Optionsscheine auf den deutschen Aktienindex DAX eingetragene Marke zum Beispiel beziehen sich häufig auf ein Hundertstel des Basiswerts. Diese Proportion von 1, 100 wird als Bezugsverhältnis oder auch als Ratio bezeichnet. Bei einem Bezug auf ein Hundertstel eines Basiswerts ergibt sich als Ratio 0,01. Zwei Arten von Optionsscheinen, Calls und Puts Beim Kaufoptionsschein, von Profis meist kurz Call genannt, erwirbt der Käufer das Recht, den Basiswert, Englisch, und all unbekanntes Zeichen ing, zu einem vorherbestimmten Preis, den Basispreis, Englisch, Strike, zu kaufen. Während der Laufzeit des Optionsscheins ändert sich der Basispreis nicht, wohl aber der Kurs des Basiswerts, zum Beispiel einer Aktie, auf die sich der Optionsschein bezieht. Der Anleger kann jederzeit mit seinem Optionsschein eine Aktie zum Basispreis kaufen. Nach einem Anstieg der zugrunde liegenden Aktie gewinnt dieses Recht natürlich an Wert, weshalb der Wert Know-how 10 bis 11 Schrägstrich 2010 des Optionsscheins steigt. Umgekehrt verhält es sich beim Verkaufsoptionsschein, dem Put. Hier erwirbt der Käufer das Recht, die Aktie zu einem vorherbestimmten Preis verkaufen zu können. Dieses Recht wird umso wertvoller, je niedriger der aktuelle Kurs der zugrunde liegenden Aktie ist. Wie funktioniert ein Optionsschein? So funktioniert der Call. Liegt für einen Call der Preis des Basiswerts über dem Basis-unbekanntes Zeichenpreis, könnte ein Investor das Recht sofort ausüben, den Basis-unbekanntes Zeichenwert zum Basispreis vom Emittenten kaufen und sofort zu dem höheren Preis an der Börse weiterverkaufen. Der positive Unterskitzbetrag ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, der mit einer solchen Transaktion realisiert werden kann, heißt innerer Wert. Notiert der Basiswert zu einem niedrigeren Kurs als dem Basispreis, so würde es für den Investor keinen Sinn machen, den Optionsschein sofort auszuüben, da er den Basiswert billiger über die Börse beziehen kann. Der innere Wert des Optionsscheins ist dann 0. Das gleiche gilt, wenn der Basiswert genau am Basispreis notiert. Auch dann ist der innere Wert exakt 0. So funktioniert der Put. Da Put-Option scheine das Recht verbriefen, den Basiswert zum Basispreis zu verkaufen, ist es hier genau umgekehrt, notiert der Basiswert unter dem Basispreis, könnte ein Anleger den Basiswert an der Börse kaufen und zu dem höheren Basispreis an den Emittenten verkaufen. Der hiermit erzielbare Betrag wird. Auch beim Put innerer Wert, genannt. Er ist entsprechend 0, wenn der Basisunbekanntes Zeichenwert über dem oder genau am Basispreis notiert. Was bedeuten im Geld, am Geld, und aus dem Geld? Ein Optionsschein mit innerem Wert wird im Geld oder in The-Money genannt. Notiert ein Basiswert genau am Basispreis eines Optionsscheins, so wird diese als am Geld oder et The-Money bezeichnet. Eine 71 im Geld Optionsscheinpreis Option ist aus dem Geld oder Out-of-The-Money, wenn beim Call der Basispreis über bzw. beim Put unter dem Basiswert liegt. Eine sofortige Ausübung der Option würde also ein Verlustgeschäft darstellen. Aus diesem Grunde ist es für den Anleger wichtig, dass er das Recht hat, die Option auszuüben, nichts aber die Pflicht. So wird er eine Ausübung des Options und bekanntes Zeichenscheins nur vornehmen, wenn der Schein im Geld notiert. 71 am Geld Optionsscheinpreis Innerer Wert, Zeitwert, Hebel, hat ein Optionsschein keinen inneren Wert, heißt das jedoch nicht, dass er wertunbekanntes Zeichenlos ist. Denn solange der Verfalltag nicht erreicht worden ist, besteht immer noch die Chance, dass sich der Kurs des Basisunbekanntes Zeichenwerts in die vom Anleger erwartete Riechunbekanntes Zeichentung bewegt. Das heißt also, dass der barunbekanntes Zeichen-Sieswert steigt, für den Call, oder fällt, für den Put, um einen inneren Wert zu erreihen und bekanntes Zeichenschen. Dieser Wert eines Optionsscheins, der nicht innerer Wert ist, wird Zeitwert genannt. Je länger der Zeitraum bis zum Verfall des Optionsscheins ist, desto höher ist die Chance, dass der Basiswert noch eine Kursbewegung zeigt, um ins Geld zu kommen. Entsprechend steigt mit der Chance, noch ins Geld zu kommen, auch der Zeitwert. Dieser bildet sich dem Rückgang der Restlaufzeit gemäß zurück und beträgt bei Verfall 0. Die zwei Wertkomponenten eines Optionsscheins Der Wert eines Optionsscheins setzt sich immer aus den beiden Komponenten Zeitwert und innerer Wert zusammen. Dabei ist der Zeitwert vor Verfall stets größer als 0 und erreicht bei Verfall 0. Der innere Wert eines Options und bekanntes Zeichenscheins ist mit dem Kurs des Basiswerts 71 aus dem Geld Schwankungen unterworfen Er ist entweder positiv, wenn der Optionsschein im Geld notiert, oder 0, wenn er am Geld oder aus dem Geld notiert. Die zwei Szenarien am Laufzeitende Notiert ein Optionsschein bei Verfall aus dem Geld So hat er keinen inneren Wert und keinen Zeitwert. Er verfällt somit wertlos, und der Anleger verliert sein ursprüngliches Investment vollständig. Notiert ein Optionsschein bei Verfall im Geld, so ist der Zeitwert auch in diesem Fall 0. Jedoch hat der Optionsschein einen positiven in näheren Wert, der dem Anleger gut geschrieben wird. Hat der Anleger den Optionsschein zu einem niedrigeren Wert als dem inneren Wert bei Verfall gekauft, so kann er einen Gewinn erzielen. Da der Anleger für sein anfängliches Investment nicht den vollständigen Aktienpreis bezahlen muss unbekanntes Zeichen T, sondern nur den niedrigeren Optionsschein Kurs, der sich aus inneren Wert und Zeitwert zusammensetzt, kann er ein unbekanntes Zeichen N über proportionale Kursänderung des Optionsscheins erfahren. Dieser sogenannte Hebeleffekt wird am Beispiel I. Nieskoll-Optionsscheins deutlich, bei dem in der unten stehenden Tabelle drei Entwicklungen simuliert werden. Optionsscheine Trading Selmkenzi Selzamkenzi Autor D Selzamkenzi Ein Optionsschein ist ein an mindestens einer Börse gelistetes Wertpapier, das ein Recht für den Inhaber wahrbrieft. Durch diese Verbriefung können Optionsscheine genauso wie Aktien dass die Einfahrer endet ein 8-10-10-10-11-11-12-13-13-20-19-2012-14-15-1912-15-25-2012-15-15-16-25-1916-15-19-1926-2021-15-1928. Vielen Dank.